Auf unser Geburtstagskind! Auf Lars! Dankeschön! Auf dich! Wohin schicken sie dich? West-Berlin. Ich bin stolz auf dich. A new life. And a new name. Will Crete help be the best thing for her. Monate lang haben wir das geplant. Nacht für Nacht gebuddelt. Das ist die Grenze. An dem Punkt sind wir. Wenn sie sich bei den Qualifikationsläufen bewährt, kommt sie in den Kader für die Olympischen Spiele. Clara, weißt du, was das für uns bedeutet, für die Familie? Das öffnet Tür und Tor. Die ganzen Plätze, die nur Namen waren, die nur hier oben existierten. Ich würde da endlich überall hinfahren. Spionagesstützpunkt Teufelsberg. Wir versuchen seit Jahren, die Anlage zu infiltrieren. Kriege werden nicht nur auf dem Schlachtfeld ausgefochten, sondern auch in der menschlichen Psyche. Die Zielperson, Lauren Farber, 43, geschieden. Es ist ein anderes Land, der drüben Lars. Ich weiß, Vati. Lieben Sie Deakins? Sehr romantisch. Ich habe jemanden kennengelernt. Hast du ihn überprüfen lassen? Es ist lange her für sie. Sie ist sehr unsicher. Wenn du sie im Bett hast, geh aufs Ganze. Was haben wir denn da? Mütterchen auf Abwägen. Er ist ein Motherfucker. Ich will einfach die Beste sein. Wenn Sie an ihr in den kommenden Wochen körperliche Veränderungen wahrnehmen, erschrecken Sie bitte nicht. Das geht dir nichts an. Jetzt hör mir mal zu. Du sagst ihm nichts. Du hältst dich einfach raus. Was bist denn du von der Mutter? Sie will es selbst. Du fragst sie. Sie will es so. Sag mal, kennen wir uns? Hallo. Ihr Vater ist los. Hier bei der NSA musst du alle Register ziehen. Aber die Lehre davon, wie Luftströmungen für Fluggeräte genutzt werden können, die ist ja nicht zugelassen. Ich will reden! Der Wetter wird bezahlen. You're interested in politics. Sollte ich auch nur ahnen, dass du hier zu nahe kommst und diesen Einsatz gefährdest, fliegst du so schnell über diese Mauer zurück, dass du nicht weißt, wo oben drinnen ist. Jetzt hast du endlich bewiesen, dass du sie beide gleich behandeln kannst. Du hast ihnen beiden das Leben versaut. Vertraue nicht. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank.